Willkommen in der Deprimed, wo keiner weiß, ob der Aufzug geht. Wo ihr täglich seltsame Dinge seht, in der Deprimed. Alle haben hier einen Sockenschuss, ohne kommt man nicht rein, das ist ein Muss. Ein Schluss ist hier schon um 10, danach darf keiner mehr rauchen gehen. Am Samstag dürfen wir raus bis 11 und die Nachbar öffnet erst um 12. Der Kaffee in der Deprimed ist eine Blurre, die so gar nicht geht. Wo eine körperliche Untersuchung eurer Körper geht, ist nur eines der Wunder der Deprimed. Die einzige Anwendung, die wirklich geht, ist die Raucherecke der Deprimed. Wo man den Patienten unlösbare Aufgaben stellt und sich dann gut und wenn er sie nicht einhält. Wo die Waschmaschine, die Wäsche wäscht, die sich im Trockendamm nicht trocknen lässt. Wo gesünder man kommt, als man dann geht, ist kein Einzelfall in der Deprimed. Also wirklich einem, die mir besser geht, gibt's eine Woche Verlängerung, Deprimed. Ich war da, ich weiß, was abgeht, ich hab's gesehen in der Deprimed. Am Deal sagt, wenn es für mich nach Hause geht, dann ruf ich laut, nie wieder weg, nie mehr! Und das ist ein paaredingungen, die mir schön geht, wenn es nicht der Tag nicht